Warum macht sich ein Betrüger an eine Privatdetektivin ran? Ausgerechnet an jemand, der ihn zu Fall bringen könnte. Er ist nicht der Mensch, den Sie kannten. Die Firma war das Ziel. Passwörter, Sicherheitscode. Alles, was nötig ist, um die Konten unserer Klienten leer zu räumen. Mr. X hat innerhalb von neun Monaten dreimal zugeschlagen. Ich will ihn finden. Wir wissen, wen wir suchen müssen. Wir haben Grund zur Annahme, dass Christopher Hall sich neuerdings Michael Thorne nennt. The Catch. Universal Channel. 100% Charakter. The Catch.